hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von lpt bei war mit einhörnkotze und mit mir mr creation ist leider nicht dabei das problem an der sache scheint das problem an der sache scheint dass das dass die probleme was die zeit angeht nicht von uns kommt sondern von ihm da haben wir uns entschlossen wenn er da ist oder beziehungsweise wenn der zeit hat dann schon dabei und wenn ich sind wir zwei halt alleine genau so gut wo gehen wir in richtung aus und auch los da orientiert ich meine sonne dann können wir immer wieder den weg finden richtung sonne laufen ich sehe schweine ja die dem man natürlich mit und ich sehe hunde kann man hunde auch essen das spiel ist nicht china freundlich dafür europa freundlich wo sind die schweine da sind noch ganz viele hier oben das spiel sind wir auch mitnehmen kann man super machen eine höhle und kohle im kohle mit kohle auf jeden fall mitgegen komm her und hilf mir oh das ist eine schnullhöhle ach du heilige warum ja guck mal nach unten so fahrt der ist eine kleine schlucht bzw eine große schlucht kleine schlucht oder große schlucht hast du jetzt eine große kleine schlucht ne die ist schon groß ich will auch mal schlucht gucken ach du heilige ja pass auf dass du nicht runterfällst ja aber wie ist das noch ein klein eigenheim auch wenn die schlucht jetzt einladend ist da unten ist ein villager zombie und kohle und wasser und lava und kohle und eisen und ja das ist auch eisen pilze und villager zombie und lander zombie boah wie viel eisen da unten ist wieso so viel ist es gar nicht da sind vier blöcke da sind zwei da sind drei da sind vier ja da sind zwei und unter jedem musst du dir da noch ein paar vorstellen ja egal gehen wir aber weiter bevor hier die nacht antricht und wir wieder uns durchs dunkle kämpfen müssen bleibt ist ein schaf so facken hier sind schafe hier sind schafe schafe ja bleibt haben wir noch kein eisen für eine schere deswegen müssen wir ein schaf töten was ja eigentlich halal ist halal? oder helal? daueres fleisch lecken das ja so ich hab da drei wolle das reicht natürlich nicht für uns beide ne es reicht fürartig aber wir sind noch unterwegs vielleicht für die noch stirb also essen haben wir genug oder? oh ja dann würd ich auch schon was sagen ah guck dir mal die schweinefarben hier an schweinefarben ja wie viele schweine hier sind das ist ja das erinnert mich so an meine private welt wo ich so nebenher so ein bisschen spiele da hab ich auch schweine 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 überall mal schweine ja was denn sicher für mein kraft nicht schlecht ist oh 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 jetzt musst du helfen es war nur aus versehen ich wollte ja scheiße dem hund krieg's böses ich wollte dir frein was böses hallo frei ich kann es mich schon freuen ich würd mir kehren aus dem natelwald hier raus wir sind ja fast nur märmelwäger wir könnten wie wärs wenn wir uns ein boot bauen und einfach mal hier in die richtung fahren ne das ist hier nur ein kleiner fluss kommen hier dass wir in die richtung hier ducken in dieser richtung ist nicht zweiteils nadelwald egal kommen waren wir nicht schon mal ja auch irgendwann ne ja gut dann gehen wir mal auf der anderen seite wieder hoch welche andere seite auf der anderen seite von dem plus meint ich ah ja genau guck mir hier ist auch wieder eine kleine höhle hier ist schwein woer schwein bei mir wo bist denn du jetzt ah ja schwein ja weiss weiss ich bin nicht ich bin nicht so schnell weiss weiss ein schaf zwei schafe wir machen wir mit wir nehmen die schweine mit da händen ist noch ein dritte schaf Damit, das könnte dein Bett sein. Was heißt denn, der könnte? Aua! Entschuldigung. Wenn du ein Wolle hast, dann haben wir genug für zwei Betten auf jeden Fall. Ich hab zwei Wolle. Gut, dann haben wir auf jeden Fall zwei Betten. Wie war das mit kleiner Fluss? Ja, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Da sind noch mehr Schafe. Ja, wir haben jetzt genug Wolle. Hier sind auch Kühe. Auch Kühe würde ich mitnehmen. Guck mal, die finde ich eigentlich gar nicht so hässlich. Guck mal hier. Wie auf der kleinen Lippe. Wie heißt das hier? Zunge. Guck mal, hier um uns rum so ein bisschen Gewehr geht. Wasser. Wie findest du es hier? Ja, mir gefällt es auch. Auf der anderen Seite sind Schafe. Kann man ein Schafzug machen. Und eine Kuh. Problem ist, ich habe jetzt eine Kuh getötet. Das ist scheiße. Egal, komm. Die Tür kriegen wir schon irgendwann wieder. So, heißt das, wir bleiben erstmal hier? Ich glaub mal Ja sagen. Ich auch. Das ist wirklich schön. So, das wird eben schon bald dunkel. Und der sollte jetzt für so ein kleines Turmizil zu wenigstens basteln. Ah verdammt. Das ist verdammt. Ähm. Dieser Häufblock. Kennst du doch, wenn du Bäume abbaust und das ist dann halt höher als du bauen kannst. Also, beziehungsweise der Abbaukreis kannst. So. Dankeschön. Dann machen wir hier auf die untere Ebene Werkbank hin. Weil die obere Ebene hier würde ich schon gern abtragen. Ja, dann trag mal ab. Ja, dann machen wir eine Werkbank so, dass ich hier auf Schraubchen machen kann. Ah, super. Schlechtes Wetter jetzt auch noch. Ja, ja. Na, gleich haben wir ein Super zu Hause. Ah, willst du mich verarschen? Benutz die doch erstmal. Ja, die ist doch voll langsam. Egal. Die ist sowieso schnell weg. Wetter. Na, also. Da geht's nicht so langsam. Toll. Ja, setzen wir hier in die Gegend Fackeln. Das will ich so ein bisschen licht haben. Ich hab keine Fackeln. Wetter. ja wir haben ja relativ viel scheiße dabei ist ja was auch an sich gar nicht so schlecht ich erinnere mich als als wir da mal einfach so zu spaß gespielt haben da haben wir so viel zeug mit uns rumgeschneppt das was wir uns niederlassen mussten das einzig dumme war wir haben fünf stunden gespielt ist ja geiles display geworden ja bitte wir machen jetzt dieses hier genau das ist schlecht das hier wird sogar fleisch noch besser ja 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 dann nach dem Eingang würde ich sagen diese Richtung und zwar hier du hast Erde oder? ja ich hab Erde, brauchst du Erde? ja du kannst das Loch hier füllen da liegt ein Feuerstein ach ja ich spüre mich jetzt mit dem Feuerstein ach ja ich spüre mich jetzt mit dem Feuerstein Arsch mal das Holzschwert verbrauchen komm schon komm schon komm schon oh geil was denn? hast du dich nicht gefunden? würd ich mal so sagen ja ja Böhle nein und dann Ton 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 Was sind für Tonen? Nichts Bohnen Ton ah Ton gut geil ist relativ wieso ich find's geil ja fürs Dach wär's zum Beispiel ganz geil hey ich hab hier was was denn? äh da ah eine Tür Dach, die wir bekämen müssen vielleicht brauchen gut dann haben wir schon mal eine Tür wir müssen jetzt zwei Türen so dann machen wir schon mal ein Dach ein Dach ja halt kein wichtiges Dach sondern halt erstmal über Dach rum und vor Spinnen und vor Spinnen ja und vor Spinnen und dann können wir sogar gleich mal Decken aufstellen und hier schlafen ja wir haben ja immer noch äh denselben Spawnpunkt ne ja hier am Anfang wir sind obviel es eigentlich witzig werden könnte wenn wir jetzt den ich würde da wahrscheinlich einen anderen Ausdruck werden als witzig aber was befähigst du denn ja so ein wie scheiße ja Interpretationssache würde ich mal sagen unser häuschen ist gleich fertig dann kommst du erstmal heim schlafen so wie dich für Rotzbuben gehört wer ist der Rotzbube die sind geschützt vor Regen und Monstern hol mal die Werkbank rein so komm mal rein dann lass uns mal die erste Nacht hier schlafen ich glaube schon ich habe Fans mitgebracht aber übrigens im letzten Video habe ich was gesagt von ich will mein Bett selber bauen ähm hier ich brauche Wolle ah ne ich hab hier hast du noch zwei da ist ein Enderman ja das ist der erste Enderman Sattel so hoffst du sie sind erstmal sicher und können jetzt schlafen dann willst du mich verlachsen jetzt oder was da da so ja jetzt mach dir noch ne Stuhl hin dann können wir jetzt alle möglichen Scheiß reinwerfen erstmal ja ja mache ich äh weiße Wolle und äh na Steiner ja und äh Holzstämme ähm schwarze Wolle und äh Kohle dann wollen wir uns mal um Rumpfstoffe kümmern oh der ist ein Skelett oh der ist ein Creeper im Wasser wo ich will ich will ich will ich will ich will hier da hinten guck mal hier ist schon da hinten Creeperchen komm her komm her ich hab deine Höhle gesehen mal ein bisschen Rohstoffe hier ich ich geh mit dem Creeper schwimmen hahaha na hoffentlich hat der auch hoffentlich ist ja nicht vom Beckenrand gesprungen hahaha haha äh ich muss was essen ich hab nur wenig Energie ich hab äh ich hab ja gestern mit diesem äh Ding gespielt mit dem ähm ähm mit dem Skelett weisch ich wollt grad noch kurz so hier paar Pilze holen weil hier sind rote Pilze das fehlt uns noch zu den der Pilzsuppe ja würdet ihr solche Pilze essen? mal einschlafen jaa wir vergnügen natürlich rote Pilze mit weißen Punkten hast du braune Pilze? lecker ja die gehen in der Truhe die gehen in der Truhe die gehen in der Truhe gut dann mach ich mir die Pilzsuppe ok alles super was ein kleines Loch hier im Berg und da dachte ich da wäre vielleicht ein bisschen was drin aber was ist da drinnen? eine Sackgasse und zwar nichts als eine Sackgasse so mit der Holzschale kann man Pilze machen äh Pilzsuppe meine ich leider ist die Pilzsuppe nicht stapelbar was ich aber irgendwie ein bisschen schade bin ja dafür bekommt man die Schlüssel wieder zurück ja toll ja immerhin hört was ne ey wir haben die Hühner supi dann schau mal dann schau mal ob sie auch Eier haben ja ich hab ein Ei aber weißt du direkt hinter ist so eine schöne Idylle ey ernsthaft ja ich finde die kleinen Berg ist nur eine echt schöne Idylle wie jetzt? die wird auch mal sehen ja hier oben wo? siehst du mich? ja ich seh dich ja früher über den Berg lugen die ist echt ne schöne ja aber was heißt jawoll hier sind noch mehr Kühe ja die lässt er aber erst mal ja ja wir werden züchten obwohl dieser Haus steht ja gar nicht so schlecht wenn ich jetzt mal von hier oben gucke jetzt steht es echt gar nicht so schlecht ja muss man noch diese Terraform ohhhh ja Terraform eigentlich wenig weißt du was ich meine hier so diese hellgrüne Idylle mit vielen vielen Scharen mit vielen vielen Scharen mit vielen vielen Scharen und der hinten ist ein Höhlen eingebaut du kannst du dich jetzt schon auf Höhlen-Tor gehen hallo? ja wir brauchen ein bisschen Eisen für nichts ja gut dann holst du Eisen und ich mach da hinten mal ein bisschen Terraforming ich mein ich gehe nicht tief in die Höhle ja gut du gehst Höhle ich mach Terraforming ja ich geh nicht tief wenn dann gehen wir zusammen in die Höhle ich mag Höhlen nicht ja doch komm du hast immer gesagt wenn in die Höhle dann zusammen ja natürlich ja also so oh da liegt noch mehr Ton davon brauchen wir ziemlich viel wenn wir ein Dach haben wollen ja das ist wohl warm du 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 Apropos Kohle, da fällt mir gerade ein, ich habe im letzten Let's Play ja was von 180 Abonnenten gesagt. Was hat denn das nicht mit Kohle zu tun? Ja, ich habe nicht 180 Abonnenten, sondern 280 Abonnenten. Und mit Kohle hat es in dem Sinne zu tun, weil man als YouTuber ja Geld verdienen kann. Ja, natürlich kann man. Aber es ist ja auch eigentlich nicht von den Abonnenten, sondern sich abhängig. Ja, von den Abonnenten abhängig ist nicht, sondern mehr um die Klicks und so. Apropos, meine lieben Abonnenten, wenn ihr mich unterstützen wollt und auch eure anderen Lieblings-Youtuber, einfach den Ad-Blogger auf YouTube aus. Sonst seid ihr, dann helft ihr eurem Lieblings-Youtuber ungemein. Also ihr macht es genauso wie ich nicht. Ja, genau so. Einhornkotz hat nämlich dauerhaften Ad-Blogger an auf YouTube. Ich habe meinen Ad-Blog auf YouTube deaktiviert, weil ich schaue ja auch gerne andere YouTuber, wie zum Beispiel Peatsmeet. Ich bin ein Peatsmeet-Fan. Ja, ich auch. Peat ist toll. Und was ich auch noch schaue jetzt außer Peatsmeet ist Loser. Ja, und Kev halt. Ja, LP mit Kev. Ja, aber manchmal, hey, manchmal benehmt das nicht auch so, oder? Ja, es ist halt ein Kev, eben. Wir müssen uns nichts vormachen, es ist ein Kev. Ja. Falls Kev zuschaut, es ist nicht so gemeint, aber ihr seid halt so. Ja, es ist nicht so gemeint, aber ihr seid halt so. Okay. Ja. Heute macht man auch über alles und jedem Witze. Ohne Ernst. Ne, mit Ernst. Nicht ohne Ernst. Ohne Ernst halt schon. Hey. Wissen. Irgendwie glaube ich, dass man bei dem Film Kevin allein zu Hause wirklich nach dem perfekten Namen für den Film gesucht hat. Das große Name-Rating, weißt du? Ja. Es passt aber auch so zu Kevin. Ja, schon. Irgendwie schon allein zu Hause und scheiße bauen. Aber gut, gut, wer würde keine Scheiße bauen, wenn man allein zu Hause ist, ganz ehrlich. Vor allem in so einem Haus. Ich muss sagen, ich habe den Film nie gesehen. Echt nicht? Nein. Boah. Das muss nachgeholt werden, ohne Mist. Wie kann man den Film nicht gesehen haben? Ich habe ihn dann nie gesehen, das war mir irgendwie zu dämlich. Das ist Kult. Wie gesagt, das war mir, es war, also wie gesagt, das war mir einfach zu dämlich. Da habe ich gesagt, nee, das gebe ich mir nicht. Na paar Minuten davon gesehen, dann war es mir zu viel. Ernsthaft? Ja. Oh wei. Das muss nachgeholt werden, das glaubst du aber. So lasse ich dich nicht davon. Mit so einer riesen Kulturlücke. Kulturlücke auch noch. Ja, ich meine, bei den Zuschauern. Bitte mal einen Kommentar, wer noch keinen Kevin allein zu Hause gesehen hat. Ich wette, keinen Kommentar oder sehr wenige Kommentare, die keinen Kevin allein zu Hause gesehen haben. Ich wette mit dir, die älteren Abonnenten von mir haben das auch durchgesehen. Ja, klar, aber du gehörst ja auch für einen eher älteren Abonnenten, wenn du es dir so sagen darf. Nur, dass ich halt kein Abonnent bin. Ich bin der, den man abonniert. Also ich bin der Affe bei manchen, bist du Affe und Männer. Bei PZB zum Beispiel. Ja, dann bist du der eher ältere Abonnenten. Und das ist auch kein Kevin allein zu Hause gesehen. Stimmt, hast du ja recht. Also Kevin allein zu Hause muss man mal gesehen haben. Wenigstens einmal. Ich verzichte. Nee, tust du nicht. Bring eine Menge Kohle mit. Supi, wie sieht es mit Eisen aus? Habe ich bisher noch gar nichts gefunden. Ich habe auch noch gar keine richtige Höhle gefunden. Ich gehe morgen mal in die andere Richtung einfach. Aber weißt du, direkt schon Druckplatten hier gebaut. Direkt schon Druckplatten gebaut. Warum nicht? Ja, warum nicht? Stimmt eigentlich. So ein bisschen Luxus hier. Eier, zwei Leder, hohes Fremdfleisch, Zuckerbar. So, gehen wir schlafen? Ja, sofort. Ich tüte mich denn morgen halt gerne auf Höhlen-Tour gehen. Na gut, was jetzt auf Höhlen-Tour halt? Höhle finden erst mal. Schön, dann machst du hier jetzt mal wieder zu. Was? Guck mal hier. Wenn das Wasser hier fließt, das ist magisch nicht. Ja, ja, ich mach das schon zu. Warte. Gut. Hallo, Schäfchen. Guck mal. Guck mal, Schäfchen. So sieht ein Schwert aus. Weißt du, was ein Schwert macht? Lass das Schaf in Ruhe. Soll ich dir mal zeigen? Lass das Schaf in Ruhe. Ja gut, dann komm mal langsam. Hast du Erde? Ja, guck mal in der Tour. Nach dem Schlaf in Ruhe. Kannst du ruhig gehen? So, das lege ich ab und das lege ich ab und das lege ich ab und das lege ich ab. Ablege habe ich gesagt. Hallo, nicht mitnehmen, ablegen. Und das lege ich ab und das lege ich ab. Und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Das kann ich nicht alles brauchen. So, du weißt schon, dass ich im Bett liegt, ne? Gut. Freu dich. Einhornkotz hat Zeit auf Null gesetzt. Was war das denn? Ja. Ja, da habe ich halt mit der Tag gemacht, weil wir halt so lange auf den Server warten mussten. Was heißt wir? Du musstest warten. Ja, ich musste warten, ja. Damit meine ich, ich und die Zuschauer. Die Zuschauer waren... Die Zuschauer waren in dem Moment gar nicht dabei. Ja, ich meine meine Zuschauer, die gar keine Zuschauer sind. Keine Zuschauer. Dafür brauche ich erstmal einen Kanal, würde ich sagen. Ich sage ja, meine Zuschauer, die gar keine Zuschauer sind. Das sind eher Zuhörer, oder was? Zu sehr. Zu sehr. Nee, nicht mal. Zu Denker. Das sind meine Zu Denker gewesen. Ihr, die in dem Moment an mich gedacht haben. Dürften ja bei dir nicht so viele sein. Folgendes. Oh, Creeper! Creeper! Nicht ins Zementar gehen! Nein! Renn! 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 Aha! Hey, das ist echt scheiße, wenn man von Creeper weglauft, wenn man dann ins Zementar geht und sich die ganze Zeit verkriegt. Das ist so ein Aufstand macht wegen dem Creeper, schon oder Creeper. Ja, ich habe nur ein kaputtes Eisenschwert. Eisenschwert war ja zum Beispiel Eisen. Halt mir den Stein, mein Tisch. Ja, egal. Ich brauche nur auf jeden Fall. Irgendwo vor uns ins Haus haben wir hier so viel da rum. Sehr beruhigend, wenn ich hier draußen am Arbeiten bin. Ja, dann musst du halt Acht geben. Ne? Acht geben. So wie du, als du am Arbeiten warst und plötzlich Creeper hinter dir steht. Ja, aber ich bin nicht gestorben. Ich habe Acht gegeben, dass ich nicht sterbe. Ohne mich hättest du den Creeper nicht mal gewusst, dass er da ist. Ja, ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder was? Ja. So Creeper, jetzt geht's ihm in... Oh, hier ist ne Hölle, oder? Ne. Ne. Mhm, mhm, mhm. Das macht krass. So, aber ich wüsste jetzt nicht so weit draußen für die Höhle. Der Spiel ist wirklich gut drauf. Zwischendurch brauchst du das Essen. Ja, jetzt haben wir... Jetzt guck mal, die Kiste haben wir mehr als gut. Ich bin echt nur so gut für die Flöße. So, hab ich schon mitgenommen. Hier sind auch noch Braune. Hier wachsen zwei Bäume aneinander. Das ist auch schön, ich auch irgendwie. Und hier sind tausende von Schweinen. Tausende. Ja, Schweine, das ist irgendwie so ziemlich das Häufigste, was es hier im Spiel gibt. Hm. Ey, ne, du bist irgendwie ein Politiker. Die treffen, treffen hier meinen Rudel auf. Der war jetzt nicht gut. Du findest schlecht nicht. Wir haben ja eh ne verschiedene Meinungen... Au, hier ist ne Tiefhöhe. Wir haben ja eh ne verschiedene Meinungen von Humor. Ja, ich bin lustig und ein Haukotze ist nicht. Ja, genau. Ey, ich hab was gefunden. Guck dir das mal an. Ja, wie soll ich mir das angucken? Ja, komm mal zu mir. Ja, ich bin grad in der Höhle. Ja, du kommst zurück. Ich bin grad in der Höhle gefunden. Vielleicht hab ich ne bessere Höhle gefunden. Äh, als ob... Als ob du direkt nebenan direkt ne bessere Höhle gefunden hast. Doch, ich glaub schon. Oh, die ist groß. Scheiße, ja. Enderman! Ja, ich sammle Erde für Terraforming. Was willst du, wie du großartig Terraform? Unser Landabschnitt vergrößern und den ganzen Sand wegmachen. Ja, aber ein bisschen Wasser sollte das schon sein. Ja, natürlich. Ich mach ja auch nicht das Wasser komplett weg. Gut. Eigentlich will ich mehr den Sand weghaben. Ja, Sand weg ist gut. Und alles so ein bisschen geraderhaft. Oh nein, man direkt so ne tiefe Höhle ist. Ich hab' ich nicht mehr. Ich geh' schon wieder viel zu tief in die Höhle rein. Das mach' ich mit dir zusammen, dann mal. Das hier nehm' ich jetzt noch alles mit und dann geh' mir zusammen in die Höhle. Aber da hast du gewalt' meine Höhle. Ja, von mir aus. Die Höhle, die ich befunden habe. Ich nehm' noch das Eisen hier mit, dann können wir uns Eisenschwerter und Eisenspitze machen. Dann können wir da in die Höhle gehen. Ey, hier ist echt viel Eisen eigentlich. Dann noch mehr Eisen. Ach du Kacke. So, das war's rein, ich war nicht eisig bisher. Wird ja wohl reichen. Das Ende, um mir hin, lass' ich meine Ruhe. Au, ich werd' beschossen. Jetzt hab' ich nur ein kleines Problem, ich muss's nach Hause wieder finden. Wie jetzt? Ja, ich muss's wieder nach Hause finden. Ich hab' mich verlaufen. Ah, ne, guck mal, hier ist Wasser. Ah, guck mal. Ah, wie toll. So, okay? Hier ist es, Akku. Guck mal, hier, wo ich bin. Ah, hallo. Hier ist die Höhle. Gut, wenn wir die Höhle abbrachten, können wir unser Haus noch ein bisschen schöner machen. Genau, schmelz mal das Eisen. Das ist wichtig. Ah, ich hab' noch ein bisschen Erde. Boah, wie viel hohes Fleisch wir noch haben? Ja, das sollten wir mal verarbeiten, ne? Guck mal, hier kann ich nicht. Und hier ist ein Superhot für unsere kleine Farm da. Unsere kleine Farm? Unsere kleine Farm. Wer kennt die Sendung? Es war doch ein Film. Äh, es war eine Serie. Hab' ich auch nicht gesehen. Echt? Nö. Boah, unsere kleine Farm war voll genial. Ich hab' Disney geschaut, weißt du? Ja, das kann man ja auch nebenbei schauen. Als ob du NUR Disney geschaut hast. Also, Super RTL und später kamen dann Animes dazu, auf RTL 2. Aber mir war es da eher so im TV-Alter, so 16, 17, wo ich unsere kleinen Farm geschaut hab. Im TV-Alter. Wie würdest du es denn bezeichnen, 16, 17, als TV-Alter? Ja, natürlich TV-Alter, aber wieso schaust du es aus im TV-Alter? Weil ich es schön fand. Es ist ja auch eine schöne Serie. Ah, ja, okay. Ja, du hast sie nie gesehen, also beurteile nicht, wenn du das mal nie gesehen hast. Was sieht das hier? Mach's mit was? Dieser Flussgraben hier. Das... Hier uns die kleine Badeanstalten. Ja, so ungefähr. Können wir uns baden? Nee, das wird doch alles aufgefüllt mit Erde. Okay. So, der Abend neigt sich langsam... Das Eisen schmilzt. Gut. Mach doch mal den zweiten Ofen. Ja, den zweiten Ofen ist auch nicht schlecht. Die haben mal eine Idee, Cloud, oder was? Was heißt mit deinen Ideen, Cloud? Ja, ich sag, mach mal den zweiten Ofen. Den zweiten Ofen wäre nicht schlecht. Ich hab einfach nur auf deine reagiert. Den Clown. So, der restliche Eisen ist für dich. Ich hab auch elf. Und Erde ist keine mehr da, oder? Nein. Toll. So. Ich schmeiß mal die Blumen weg, die wir gesammelt haben. Na, warum? Weil die voll unnütz... Weil die voll... Weil die voll unnütz sind. Das können wir doch später zum Dekokieren benutzen. So. Wir werden später wahrscheinlich auch noch genug finden. Ich schaff's trotzdem auf. Ja, mach das. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Du tust ja. Nein. Ja, ich sehe dunkel. Ja, soll's werden. Wollen wir mal so langsam starten und dann... Töne? Ja, können wir gleich machen. Stopp's. Stopp's. Hey, lass den Blödsinn. Die stoppen nur an. Minecraft FB. Facebook. Facebook und Minecraft. Facebook was ist, das kenne ich nicht. Da war ich noch nie. Vergesst nicht unsere Facebook-Seite zu liken. Aber immer schön dort denken. Ich war noch nie dort. Facebook ist doch heutzutage drehen und angelpunkt unserer Zivilisation. Leider. Facebook verkommt immer mehr. Früher war Facebook mal cool, heute nicht mehr. Ich erinnere mich noch an den Zeiten von WKW. War ich auch nie. Aber ich war im Schüler-VZ. Ja, im Schüler-VZ war ich auch. Genauso wie in MySpace. Da war ich nicht. Aber WKW war ich halt voll am Suchten damals. WKW und ICQ. Und MSN. MSN ja weniger. Aber ICQ immer. Und dann kam Facebook. Endlich konnten wir mal mit den Leuten schreiben, ohne dauernd rauszufliegen. Was denn? Ja, wo du auch bin ich auch nicht rausgeflogen. Aus ICQ und MSN. Oh, hör bloß auf. Da gab's. Aus ICQ nicht so. Ich vergesse immer, dass du jünger bist als ich. Ja, paar Jahre. Ja, ich rede von der Zeit, wo MSN noch ganz neu war. Da hast du eine Freundschaftsanfrage geschickt. Die kam nicht an. Ja, hab ich schon gehört. Stups. Willst du dich mal zurückstupsen? Geht doch. Ich stups gleich was anderes hier. J. K. Stups zurück. Diesen Kommentar werdet ihr niemals lesen. Da wollen wir mal schlafen gehen. Ich würde nämlich echt gern bald mal eine Höhlerkunde ein bisschen heißen. Warum machst du hier eigentlich alles so ziehe-eckig? Weil ich Erde brauche. Aber ich hoffe, das bleibt nicht so äckig. Äh, eigentlich hab ich schon vor, so äckig zu lassen. Nee, nee, nieblieben. Muss ich die dynamische Beleuchttung schöner machen. Dynamische Beleuchttung? Ja, dass wenn ich Fackeln in der Hand hab, dass auch die Umgebung beleuchtet ist. Hab ich nicht. Ja, die haben wir nachher auch noch auf die Beine. Mach mal die Bäuse hier weg. Warum sind die so schön? Lass die doch. Diese muss doch direkt vor unserem Haus, Erbe, mein. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck dich schon an. Guck mal. Oh, das ist so lecker. Apropos lecker, wir haben hier noch Nudeln mit Schinken, äh, mit Pilz, äh, mit Pilz, Rabe-Sessel. Boah, äh, äh, nämlich der Stand. Oh, wir haben noch ganz viel, was ist das Steinfleisch, im Ofen. Ganz viel Ton. Können wir uns später ein schönes Dachdraus machen. Ich hab hier noch 16 Ton. Ja, mach dir mal was vor. Sobald ich hier die Erde hab, ja. Ich leuchte mal alles ein bisschen aus. Ey, das ist, die Balance hier hinten ist immer größer. Das ist schon gut gemacht, irgendwie. Ich bin ja schon am Erde sammeln. So, ich baue mal eine Angel. Und wenn der zerbüht da, am Ende hat das keine Strange. Mal gucken, was ich so alles schönes findet. Lol. Hauptsache, der Fisch fliegt 50 Meter weit von mir weg. Apropos, äh, komm mal her. Was ist denn? Hey, mich hat der Zombie gesehen. Wie kann mich der nicht sehen, so weit weg? Wo bist du? Zombie, komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her mit. Ich hoffe, du machst dir alles wieder schön zu. Ja. Dann ist auch offen. Ich muss es ungelassen. So, und hier ist zu, schweigt man. So, jetzt guck mal da rüber. Wo? Da drüben ist Kohle. Wir haben die No-Kohle erstmal. Und dann glaube ich erstmal zwei Stacks ist leicht. Nur zwei? Nur zwei? Wir haben nur... Oh, warte, ich hab jetzt echt einen Stock eingesammelt. Wir haben natürlich mal eine richtige Höhlen-Tour gemacht. Und du sagst, nur zwei Stacks. Kapriest dich. Dann lass uns die nächste 500 Stücke holen, Tour machen. Dann brauchst du dich nicht beschweren. Äh, wir sollten vielleicht noch auf die Zeit achten, ne? Welche Zeit? Äh, hast du vergessen, wir nehmen auf. Nö, hab ich nicht vergessen. Ja, dann... Können wir die Folge gleich beenden und dann der Rekord die nächste starten. Ja, genau, das kann ich auch sagen. Gut, also, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.